In wenigen Tagen startet die Motec 2019 in Stuttgart. Und Sie können schon gespannt sein, welche Neuigkeit wir Ihnen dieses Jahr vorstellen. Neben zahlreichen tollen Produkten ist auch unsere Linea-Ax-Familie HX schon im fünften Jahr mit dabei. Erinnern Sie sich noch? Bereits 2015 haben wir Ihnen unsere Linea-Ax-Module vorgestellt. Die Achsen mit quadratischem Querschnitt gibt es in den Antriebsarten Riemen und Spindel in jeweils vier verschiedenen Baugrößen und mit zahlreichen Optionen. Im nächsten Jahr konnten wir Ihnen die Doppelachsen HD sowie die Zweiachs-Systeme HS2 präsentieren. Mit den standardisierten Einheiten gelingt der Aufbau von Systemen jetzt noch schneller. Seit 2017 gibt es die Linea-Tische mit Doppelführung in einem rechteckigen Querschnitt. Die drei verschiedenen Antriebsarten ermöglichen Ihnen maximale Flexibilität. Seit 2018 steht Ihnen unsere breite Palette an Adaptern zur Verfügung. Damit können Sie beliebige Achsen zu Ihrem individuellen Mehrachs-System kombinieren. Und auch dieses Jahr gibt es zu Motec Neuigkeiten von unseren Linea-Axen. Schauen Sie mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017